In unserer Serie Landwirtschaft geht es jetzt um ein Getreide, das vorwiegend in China angebaut wird, um Reis. Mutige steirische Bauern haben sich aber gedacht, was in Fernost funktioniert, klappt bei uns auch. Und so werden beispielsweise in halben Reihen bereits fünf Tonnen Reis jährlich geerntet. Wenn man an den Reisanbau denkt, dann kommen Ihnen vielleicht Bilder in den Kopf aus Asien, wo der Reis auf Terrassen wächst und geflutet wird. Man muss den Reis aber nicht von weit her holen. Auch hier auf steirischem Boden wächst dieses Getreide. So weit nördlich in Europa Reis anzubauen, war trotz Klimawandel ein mutiges Unterfangen. Die Klimazonen wandern ja von Süden nach Norden. Da haben wir gedacht, ich schaue mal in die Gegenrichtung, schaue nach Süden. Und da habe ich noch im Dessin entdeckt, das ist nur 50 Kilometer südlich von uns, hat ein Mikroklima, ein besonderes, aber die liegt auf der gleichen Seehöhe. Und da gibt es jemanden, der Reis anbaut. Und da habe ich mir gedacht, das müsste funktionieren. Der Querdenker hat das Saatgut, es handelt sich um Trockenreis, 2014 aus Italien nach Österreich gekarrt. Damals dachte er noch nicht an große Antemengen. Ich muss sagen, wie ich das erste Mal angebaut habe, habe ich eigentlich nicht gedacht, dass ich da jetzt irgendwann einmal ein zweites Standbein entwickeln werde, wo ich mein Einkommen erzielen werde. Es war einfach die Herausforderung, eine Kultur anzubauen, die bei uns da noch keiner macht. Und ja, eigentlich, es muss ja funktionieren, das gibt es ja nicht. Mittlerweile verarbeitet Ewald in Dietzen fünf Tonnen stärischen Reis. Und genau für solche Pioniere gibt es Unterstützung. Wir versuchen intensiv jetzt die Landwirte, die Bauern, Bäuerinnen in der Landwirtschaftskammer mit einem Innovationsberater zu unterstützen, vor allem ihre Ideen in Umsetzung zu bringen und damit auch eine Wertschöpfung auf die Höfe zu bringen und vor allem dadurch auch die Höfe abzusichern. Auf der einen Seite haben wir das große Potenzial, den Bodenschatz, die Ressource, Grund und Boden, die die stärischen Landwirte haben. Und auf der anderen Seite den Schatz, nämlich der Kreativität. Also diese beiden Schätze müssen kombiniert werden, damit man auf neue wirtschaftliche Ideen kommt. Die Familie Fröhlich ist dran geblieben und ihr Reis, Reisgrieß und auch die Reisnudeln sind in Supermärkten, Bauernecken und im Internet erhältlich. Eine Innovation entsteht nicht von heute auf morgen, dass man zu 100 Prozent etwas ganz anders macht und ganz umstellt, sondern das muss stetig wachsen und ganz wichtig ist, dass man hier auch Ausdauer zeigt. Vom Start zum Ziel ist es nie eine gerade Linie, sondern macht man einige Kurven und das darf aber auch sein. Auch bei der Verpackung denkt man umweltbewusst und regional, die Folie ist aus Zellulose, aus Holz gemacht. Und weil das Landwirtschaftsteam beim Verpacken geholfen hat, dürfen wir den steirischen Reis der Familie Fröhlich in den verschiedensten Variationen kosten. Das Kraft-Resotto wird mit Kernöl verfeinert und der klassische Milchreis wird mit dem Rundkornreis besonders schmackhaft.